Hallo alle zusammen und zwar machen wir den tag 2 vom event wo wir verschiedene elemente brauchen und einfach reaktionen auslösen müssen kampfkünste ok let's go wir haben heute zwei stück offen und wir brauchen heute hydro und elektro also unter strom das ganze aber wir machen das ganz oft tippisch wir müssen jetzt 22 gegner besiegen die unter stehen ich müsste erst mal bei mir an so kann man das machen wir machen folgendes team und der strom das bedeutet wir machen schön dann machen wir ihn und sie ungefähr so machen wir das so gehen wir jetzt hier mal rein ist klar wir machen hier direkt die e und wir legen los ja und jetzt brauchen wir eigentlich nicht viel machen wir müssen die gegner einfach nur wegkloppen im endeffekt so und es wird wieder wasser ok ein paar strom alles sieht gut aus hier müssen wir aufpassen dass die ihre schilder nicht haben bauen das eigentlich immer noch ein bisschen zeigt das hat man nicht gezählt das hat alles gezählt ja man kann das ganze auch etwas anders angehen wo ich das kann zu sehen man kann wirklich ja folgendermaßen vorgehen und zwar wie man einfach sie und ihnen hier an starten das kannst du noch mal war nur mit den beiden adaptieren das sollte eigentlich ich bin so genau das ist ja locker Oh Erstmal alles okay, würde ich sagen. Das geht, glaube ich, ein bisschen hell, oder? Nicht wirklich. Aber es funktioniert. So, jetzt verschalten wir hier die Glitzen dreimal. War das schneller? Nein, das war halt etwas langsamer. Okay, aber... Prinzip ist, glaube ich, verstanden. Das war... Wie man es machen kann. Okay. Dann gehen wir zu den nächsten Herausforderungen. Der Strom wieder. Die schwerste Herausforderung. Und der Strom betroffen. Ja, im Endeffekt wieder dasselbe. Wir können jetzt hier... Wir brauchen hier eigentlich nicht üben. Wir nehmen einfach wieder dasselbe Team und RDIs, würde ich sagen. Richtig. Könnte auch hier der Tanja... Ähm... Ach, wenn das Ganze einmal so... Okay. Finally... Ach, ich bin ein bisschen weiter hier. Ja, nie. Ich bin ein bisschen leer. Ich bin ein bisschen verletzt. Nein, ich binran. Ich bin ein bisschen leer. Ich bin ein bisschen leer, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen und sage Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal